Hi, hier ist wieder euer Sven aus der Region Hannover und heute geht es hier mal um das Thema Ausbildung. Wir bilden dieses Jahr drei Auszubildende das erste Mal bei uns aus und haben insgesamt mittlerweile schon 21 Azubis bei uns auf dem Hof gehabt. Ja, was die drei hier so den ganzen Tag machen, das zeigen wir euch jetzt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.